Hä? Verwirr mich nicht. Ach ja, da läuft er ja. Ähm, jetzt hat er mich nämlich weggedrückt. Mein Dad hat um 0 Uhr Geburtstag. Also Jairo Velazquez. Servus. Moin. Hi. Äh, ich war in einem Gespräch. Entschuldige, deswegen hab ich dich weggedrückt. Lass mich, lass mich dich drücken. So. Ah, ich hab das verlernt. Ah ja. So, wie ins Jahr. Ja. Ähm, ja auf jeden Fall hat mein Dad ab 0 Uhr Geburtstag und er will hinten an der Rockford-Kirche eine Riesenparty werfen. Und ihr seid herzlich eingeladen. Schon wieder. Krieg ich einen Schlag ab? Ah! Oh. Krieg ich einen Schlag ab? Oh nein. Sein Ernst jetzt? Ich kann dich stabilisieren. Ach nicht. Ist der schon... Kannst du stabilisieren? Kannst du stabilisieren oder nicht? Dann guck mal eben. Hast du keinen? Oh, ich muss anlesen. Aber warte. Warte, warte. Ich hol dir, ich hol dir einen. Sorry. Warte. Warte, warte.